Hallo Freunde des Klammersteins und herzlich willkommen zu einer schnellen Ausgabe der Bricktime. Ja Freunde, ihr habt den Titel gelesen, der Stream heute um 16 Uhr, den muss ich leider verschieben. Ich habe noch ein paar Wege zu erledigen, die ich leider bis 16 Uhr, also eigentlich jetzt schon haben müsste, aber ich schaffe das nicht, vor dem Stream wieder hier zu sein. Er wird nur verschoben, ja, und zwar wisst ihr, ging es um den Kader, haben wir, da muss ich mal ganz kurz jetzt hier, ja, um den hier, den bauen wir dann morgen und zwar wird das relativ früh beginnen und ich werde auch sehr lange streamen. Ich denke, dass ich morgen gegen 10 oder 10.30 Uhr anfange schon und dann vier bis fünf Stunden das Ding aufbaue. Ob ich das in der Zeit schaffe, weiß ich nicht, es sind ja nur in Anführungsstrichen 1386 Teile, also rein theoretisch ist es machbar. Also es kann sein, dass ich das hier morgen das Teil in einem Stream einfach komplett durchbauen, das wird dann, werden wir ja morgen sehen. Also vormerken, morgen 3.10. zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr denke ich, werde ich anfangen zu streamen und dann, ähm, ja, vier, fünf Stunden denke ich schon, ähm, werde ich dann da hier besitzen und das Ding bauen. Also ich freue mich drauf, ähm, schaltet gerne ein und tut mir leid, dass ich den jetzt verschieben muss, aber es geht leider nicht anders und, ähm, ja, also dann bis morgen im Stream und bis dahin, bleibt immer gesund, gerne kostenlos und abonnieren und ciao, ciao.